Skandal. Bundesregierung akzeptiert Völkermord in Gaza. Ausrufezeichen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leonov Vlog Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Und zwar gehen wir in ein neues Video rein, welches heißt Skandal. Bundesregierung akzeptiert Völkermord in Gaza. Ausrufezeichen. Es geht ein bisschen darum, wie Deutschland sich in diese aktuelle Konfliktsituation zwischen Israel und Palästina positioniert und was sie da entschieden haben, beziehungsweise für was sie stehen. Und ich finde das interessant und ich finde es auch ein wichtiges Thema. Ich finde, man sollte versuchen, wenn man sich damit auseinandersetzt, das ganzheitliche Bild zu sehen. Nicht nur zu hören, was die Medienpropaganda streut, weil wir wissen alle, dass wir den Medien nicht mehr wirklich vertrauen können. Deswegen ist es wichtig, dass man sich versucht, ein ganzheitliches Bild zu machen. Und vor allen Dingen appelliere ich an die Leute, ich appelliere an Menschlichkeit, so weißt du. Jeder tote Mensch ist ein toter Mensch zu viel. Und wir sollten eigentlich meiner Meinung nach alle die Position vertreten und alle uns fragen, wie man die Situation lösen könnte und wie man es schaffen könnte, dass Menschen nicht mehr sterben müssen. Das sollte eigentlich von jedem Menschen, der ein Herz hat, die Position sein. Und nicht irgendwas anfeuern und sagen, ja jetzt das machen und jetzt dies tun und mehr Waffen und mehr so und mehr so. Das hat mich damals im Ukraine-Russland-Konflikt schon, hat mich schon mitgenommen, wo ich gesehen habe, dass viele Leute einfach supporten, dass noch mehr Waffen in diese Region reingeschickt werden. Und dass wir als Deutschland da uns teilnehmen sollten und so. Also es hat mich schockiert zu sehen, wie wenig Menschen noch ein Herz haben und versuchen eine neutrale Position anzunehmen und versuchen irgendwelche Lösungen zu finden oder für das zu stehen, was Frieden bringt und nicht für das zu stehen, was noch mehr Tote bringt. Weißt du, das ist immer wieder faszinierend. Aber ja, wir labern nicht zu viel, wir gehen rein ins Video. Ähm, Daumen nach oben da, lass ein Kommentarchen schreiben und den Kanal abonnieren. Los geht's! Israel verhängt eine Komplettblockade gegen den gesamten Gazastreifen. Das heißt, kein Wasser, keine Lebensmittel und kein Strom für über zwei Millionen Zivilisten. Boah, das musst du mal überlegen, ey. Jetzt mal rein neutral betrachtet, da muss doch jeder Mensch ein Problem mit haben eigentlich, wenn du ein Herz hast, so. Da sind ganz normale Menschen. Nicht jeder Palästinenser ist Teil der Hamas, so. Da sind Zivilisten wie ich und du, die mit Krieg und mit diesen ganzen Sachen eigentlich gar nichts zu tun haben möchten, so. Weißt du? Musst du überlegen, die kriegen nichts mehr zu trinken, nichts zu essen. Wie sollen diese Menschen immer... Und die Hälfte davon Kinder und Jugendliche. Für mich ist das eindeutig Völkermord. Und in einer offiziellen Pressekonferenz bestätigt unsere Bundesregierung, dass sie diesen Völkermord von Israel akzeptiert. Und... Begründet wird das mit dem Völkerrecht. Das ist wirklich unfassbar. Alle Infos in diesem Video. Los geht's! Wie kann das sein, ey? Wir haben in Deutschland selber schon so viel durchgemacht in der Vergangenheit, so, ne? Und nach dem Zweiten Weltkrieg war das so, eigentlich die Stimmung in Deutschland, dass wir nie wieder Krieg anfangen wollen und auch nicht supporten wollen, wenn Menschen getötet werden und wenn irgendwo Krieg, dass wir da nicht unterstützen oder, weißt du, dass wir einfach neutral bleiben und immer für den Frieden uns einsetzen, so. Das war mal die Position der meisten Deutschen und auch der Regierung damals, so, weißt du? Dass sich das so schnell verändert hat, auch schon, wie gesagt, bei der Ukraine-Russland-Geschichte so. Dass wir da anstatt deeskalierend einfach eskalierend agieren und sagen, ja, mehr Waffen und wir helfen und wir schicken auch Waffen und so. Das ist, das ist nicht korrekt, bro. Ich finde das traurig, ich finde das schade. Er zeigt sich wirklich von seiner allerschlimmsten Seite und die Politiker lassen jetzt reihenhaft ihre ganzen Masken fallen. Vor allen Dingen unsere Bundesregierung ist dabei an Heuchlerei nicht mehr zu überbieten. Als die Hamas Ende letzter Woche Israel angegriffen hat und viele Zivilisten massakriert hat, da war es ich wirklich extrem geschockt und dieses Vorgehen ist wirklich absolut zu verurteilen und darf nicht gut geheißen werden. Krieg ist wirklich sehr, sehr schlimm, aber Krieg gegen Zivilisten, das ist wirklich das Allerschlimmste. Und selbstverständlich darf und muss sich Israel gegen die Angriffe verteidigen. Allerdings sieht es jetzt so aus, als ob Israel massiv über dieses Ziel hinausschießt, das Völkerrecht bricht und Völkermord plant. Israel verhängt nämlich eine Komplettblockade gegen Gaza. Und das heißt kein Wasser, kein Lebensmittel, kein Strom für zwei Millionen Zivilisten, wovon die Hälfte Kinder und Jugendliche sind. Mir tun die Menschen so leid, ey. Das sind alles Zivilisten, die mit dem ganzen Scheiß gar nichts zu tun haben, bro. Das sind ganz normale Menschen wie ich und du, die jetzt einfach draufgehen. Wegen irgendwelchen geopolitischen Geschichten und so. Das ist so traurig, Bruder. Ich finde das so traurig. Mein Herz blutet ohne Scheiß. Schau dir mal hier die Rede von Jov Galant, dem israelischen Verteidigungsminister, an. Wir legen jetzt richtig radikal rein in die Nummer und sagen, okay, wir müssen die Menschen da ausbluten lassen. Egal, ob die was damit zu tun haben oder nicht. Egal, ob die Teil der Hamas sind oder nicht. Wir müssen jetzt jeden Palästinenser quasi dafür bluten lassen, was passiert ist so. Ja, du hast richtig gehört. Israel schneidet den Gazastreifen komplett vom Rest der Welt ab und verweigert den Menschen dort wichtigen Zugang zu überlebenswichtigen Dingen wie Wasser, Lebensmittel und Strom. Und das Ganze wird auch nicht nur ein paar Tage dauern. Selbst Israel sagt, das wird Wochen, wenn nicht sogar Monate dauern. Und das war ja auch schon, die Situation in Gaza ist ja extrem, weil die sind ja quasi wie in so einem, die sind ja umgeben von Israel, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass die quasi mittendrin sind. Und schon immer darauf angewiesen waren, dass das Wasser und die Ernährung und diese ganzen Sachen über Israel halt da hinkommen so. Und da gab es schon immer, wenn Ausschreitungen waren und so gewisse Engpässe, weil das nicht durchgelassen wurde teilweise so, weißt du? Und das ist eine Situation, die einfach, da muss man sich einfach mal menschlich reinversetzen, wenn du irgendwo lebst, wo du nicht raus kannst. Wo überlebenswichtige Dinge quasi nicht ankommen können oder beziehungsweise davon abhängig, ob sie es durchlassen oder nicht. Dann lebst du eigentlich wie im Knast so, Beiluftgefängnis, weißt du, wie ich meine? Das ist eine harte Situation. Es ist ganz krass. Also diese Area da, da ist so viel Leid, Bro. Da ist so viel Schmerz. Da ist so viel negative Energie schon seit Jahrzehnten. Das ist einfach traurig. Offiziell macht man ja diese Komplettblockade, um der Hamas zu schaden, aber dabei nimmt man wissentlich den Tod von zwei Millionen Zivilisten in Kauf. Und das ist für mich nicht nur barbarisch und unmenschlich, sondern es verstößt auch massiv gegen das Völkerrecht. Und spätestens hier müsste unsere Bundesregierung sofort einschreiten und ein Veto einlegen. Immer wenn es ums Völkerrecht geht, ist ja unsere Bundesregierung und vor allen Dingen Frau Baerbock immer ganz vorne mit dabei. Weil Verbrechen gegen das Völkerrecht und sogar Völkermord dürfen wir nicht zulassen. Da muss unsere Bundesregierung einschreiten. Ja, eigentlich schon. Aber es kommt natürlich immer drauf an, wem gegenüber. Aber jetzt schaut euch mal an, was unsere Bundesregierung offiziell zu diesem Bruch des Völkerrechts auf einer Pressekonferenz antwortet. Der israelische Verteidigungsminister hat eine vollständige Blockade des Gazastreifens angeordnet am Montag, die bereits auch umgesetzt wurde. Kein Zugang, keine Lieferung von Lebensmitteln, Wasser, Strom. Da würde mich interessieren. Das kann die Welt doch nicht zulassen, Bro. Wasser, dicker, lebensnotwendige Sachen wie Essen, Wasser, Strom, Bro. Das kann man doch nicht zulassen. Wie geht das? Welcher Mensch kann... Die Menschlichkeit auf der Welt wird immer weniger. Und was mich am meisten fasziniert ist, dass es noch Leute gibt, die das noch befürworten. Ganz normale Leute. Influencer, YouTuber, was auch immer. Gibt Leute, die das befürworten. Die sagen, let's go. Bro, wisst ihr, von wem ich extrem enttäuscht bin? Sage ich euch so, wie es ist so. Jordan Peterson. Jordan fucking Peterson, den ich auch schon lange verfolgt habe und den ich eigentlich einen starken Dude finde mit einer starken Message. Tweetet zu dem Präsidenten von Israel. Tweetet, give him hell. Gibt denen die Hölle. So. Bro, wo ist das Herz von den Menschen? Wo ist die Menschlichkeit, Bro? Unterstützt denn der Bundeskanzler dieses Vorgehen und sieht er dies Agieren vom Völkerrecht gedeckt? Für den Bundeskanzler steht im Vordergrund die Solidarität mit Israel. Für den Bundeskanzler steht im Vordergrund die Solidarität mit Israel. Im Vordergrund sollte stehen, dass keine Menschen sterben. Und vor allen Dingen nicht Menschen sterben, weil sie nichts zu trinken und nichts zu essen haben. Irgendwelche Zivilisten, die mit nichts zu tun haben. Selbst so ausgedrückt und es ist ganz klar, dass Israel das völkerrechtlich verbriefte Recht hat, sich gegen diese Angriffe der Hamas zu verteidigen. Sich dagegen zu verteidigen und Zivilisten den Zugang zu Wasser und Lebensmitteln und Strom zu kappen. Das ist ein Riesenunterschied. Einzelne Maßnahmen würde ich jetzt da nicht bewerten wollen in diesem Zusammenhang. Einzelne Maßnahmen würde ich jetzt nicht bewerten wollen in dem Zusammenhang. Einzelne Maßnahmen, also sowohl Vorel als Außenbeauftragter der EU als auch der UN-Menschenrechtsbeauftragte, Türk, haben gesagt, das ist ein eindeutiger Verstoß gegen Völkerrecht. Teilt der Bundeskanzler, teilt die Außenministerin diese Einschätzung, dass diese Komplettblockade des Gazastreifens Völkerrecht bricht? Ja oder nein? Wie gesagt, für uns steht in diesem Moment, in dem Israel von der Hamas auf diese brutale Weise angegriffen wurde, die Solidarität mit Israel im Vordergrund. Und wir betonen, dass Israel das Recht hat, gegen diesen Angriff vorzugehen und sich zu verteidigen. Egal wie. Egal wie. Und wie die Außenministerin dazu steht, hat Herr Wagner im Grunde eben schon auch gesagt. Also diese Antwort, es wirkt extrem krass und macht mich einfach fassungslos. Und nicht nur mich, sondern auch den... Das sollte unsere ganze Bevölkerung fassungslos machen. Unsere ganze Bevölkerung. Wir müssten eigentlich alle sagen, das geht ja gar nicht so. Ja, das was die Hamas gemacht hat, ist zu verurteilen. Ja, die dürfen sich dagegen verteidigen, wenn sie angegriffen werden. Aber gegen das Völkerrecht zu verstoßen und Menschen ausrotten zu lassen, Digga. Wenn einer von uns dafür ist... Diggi. ...Porter, der diese Frage gestellt hat, und zwar so fassungslos, dass er die Frage sofort noch ein zweites Mal gestellt hat, nur um sicherzugeben, dass er sich nicht verhört hat. Aber nein, er hat sich nicht verhört. Israel verstößt mit dieser Blockade massiv gegen das Völkerrecht und nimmt viele tote Zivilisten in Kauf. Und was sagt unsere Bundesregierung? Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen die Angriffe zu verteidigen. Das war's. Also für die Bundesregierung ist diese Blockade und der dadurch entstehende Völkermord das völkerrechtliche verbriefte Recht auf eine Verteidigung. Und mit dieser Antwort zeigt unsere Bundesregierung eindeutig, dass sie dieses Verhalten von Israel akzeptiert und dahinter steht. Und das, meine Lieben, macht mich wirklich sprachlos. Aber passt auf, das kommt sogar noch krasser. Gestern wurde nämlich in einer Talkshow von Lanz über das Israel-Thema gesprochen. Ey, das ist so heftig, in was für Zeiten wir uns gerade befinden, ey. Du merkst immer, du merkst einfach, du kannst niemandem mehr vertrauen, vor allen Dingen nicht der Regierung oder irgendeinem Politiker, so. Du bist auf dich selbst gestellt. Wirklich, die treffen nur noch Entscheidungen, die nichts mit Menschlichkeit zu tun haben, so. Oh Mann, ey, wo werden wir in Zukunft hingehen, ist die Frage, weißt du, wie ich meine? Wie wird das alles ausgehen, ey? Weil das wird auch, ich sag dir ehrlich, diese ganzen Kriege, die wir gerade führen auf der Welt, die werden so schnell kein Ende nehmen, glaube ich. Dort ging es nicht mehr um die Vernichtung der Hamas, also der Terrororganisation, sondern es ging um die Vernichtung des ganzen Gazastreifens. Also die Vernichtung von zwei Millionen Zivilisten. Und weder der Moderator Lanz noch der anwesende Politiker aus dem Bundestag haben irgendwie Einspruch erhoben. Schaut euch mal folgenden Abschnitt an. Herr Mansour, Sie sagten vorhin, kurz vor Beginn der Sendung, sagten Sie es ähnlich. Sie sagten, das wird den Nahen Osten für immer verändern. Das wird den Nahen Osten für immer verändern. Und wenn wir später über Deutschland sprechen, das wird unser Verständnis von Multikulturalität auch verändern. Aber bleiben wir bei Deutschland, äh, in Israel. Der Nahen Osten funktioniert anders. Die Mentalität ist anders. Wenn Israel jetzt Schwäche zeigt, wenn sie nicht in der Lage ist, die formulierten Ziele, und zwar die Vernichtung von Gaza, auch erfolgreich zu betreiben, wird sie gefressen. Wer sitzt im deutschen Fernsehen, sagt Vernichtung von Gaza, bruv. Vernichtung von Gaza, da geht's nicht mehr um Hamas oder so. Nein, nein, da geht's um das ganze Land. Alle Menschen sollen vernichtet werden. Das erzählen die mal ganz soft im deutschen Fernsehen und keiner widerspricht. Und sagt, ey, guck mal, vernichten hört sich ein bisschen crazy an so. Die ist schon bewusst, dass da auch Kinder leben, Frauen leben, Ärzte, Studenten. Ganz normale Menschen. Herr Schwede, also ich kann gar nicht so viel essen, wie ich hier am liebsten brechen würde. Dieser Typ sagt allen Ernst. Respekt an den Bruder hier. Alexander heißt der, wa? Respekt, dass er da ein Video drüber macht und das so äußert, wie er es äußert. Ist auch wichtig. Sehr, sehr wichtig. Dass auch jemand, der jetzt keine Ahnung hat, der kein Moslem ist oder irgendwie, weißt du, der deutsch ist, ich glaube, er ist biodeutscher, da mal klare Worte findet und sagt, das können wir nicht zulassen. Und ja, wie er es auch gesagt hat, er verurteilt natürlich, was die Hamas auch gemacht hat gegen Israel und so. Aber trotzdem, das jetzt, wie das jetzt gerade aussieht, was sie tun wollen, das zuzulassen, Digga. Also da kann keiner hinterstehen. Da kann kein Mensch dahinterstehen, wenn du ein Mensch bist. Wenn Israel jetzt Schwäche zeigt und das Ziel der Vernichtung von Gaza nicht erfolgreich betreibt, dann wird es gefressen. Also dieser Typ spricht hier eindeutig nicht von der Vernichtung der Terrorisation Hamas, sondern... Und das ist auch so, er ist ja auch jemand, der alternativ berichtet seit Corona, glaube ich. Und das hat die Zeit auch so mit sich gebracht, weißt du, dass es immer mehr alternative Kanäle gibt von Menschen, die einfach selbst denken und die ein Herz haben und die versuchen, die Dinge wirklich zu verstehen. Und egal, was passiert, dann auf ihre Menschlichkeit hören und sagen, ey, nee, das können wir nicht zulassen, das müssen wir verurteilen, weißt du. Weil die einfach gelernt haben, mit der Zeit selbst zu denken und selbst zu fühlen. Und das haben viele Leute immer noch nicht gelernt, aber das müssen wir lernen als Menschen, weil es werden immer mehr unmenschliche Sachen passieren in der Zukunft, habe ich das Gefühl. Und da müssen wir gewappnet sein mit unserem Herz, mit unserer Spiritualität, mit unserem Gehirn, mit unserem eigenen Denken, müssen wir da gewappnet sein einfach. Er spricht von der Vernichtung von Gaza, also der Vernichtung von zwei Millionen Zivilisten, welches, wie gesagt, zur Hälfte aus Kinder und Jugendlichen besteht. Und gerade Markus Lanz, der ja immer jeden so oberlehrerhaft sofort ins Wort fällt, der greift hier nicht ein oder erhebt Widerspruch. Ja, aber der kann, warum wohl? Mann, ey. Und auch Michael Roth, SPD-Außenpolitiker, Mitglied des Deutschen Bundestages, widerspricht hier auch nicht, als es um die Vernichtung von zwei Millionen Zivilisten geht. Also, das ist für mich einfach nur noch krank und zeigt diese Heuchlerei und diese Doppelmoral von Politikern und Medien. Und versteht mich bitte nicht falsch, ja, Israel muss sich verteidigen und muss diesen Terror stoppen. Und ich bin kein Politiker und auch kein Militär. Was ich vorhin, was ich im letzten Video auch schon mal gesagt habe, ist, dass in Amerika ganz viele Stimmen gerade groß werden, die sagen, wie konnte das überhaupt dazu kommen? Warum? Weil halt wirklich das so ist, dass die Intelligence Agency von Israel eine der besten ist auf der ganzen Welt. Also, Top 3 Mossad, die sehen eigentlich alles kommen. Die haben so viel zur Verfügung, also die haben teilweise echt Möglichkeiten, die hat kein anderes Land, so weißt du. Und da fragen sich gerade, also viele Stimmen werden gerade laut, die sich fragen, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Wie konnte es sein, dass die das so planen konnten und durchziehen konnten, so weißt du. Und da gibt es auch schon den ein oder anderen Verschwörungstheoretiker, der sagt, ey, vielleicht sollte das alles genau so kommen, wie es gerade passiert. Ich kann dazu nichts sagen, ich weiß es nicht, Bro. Für mich in erster Linie zählen die Menschen, die sterben müssen. So, dafür bete ich jeden Tag gerade. Das ist das, was ich tun kann und ich bete für jeden Menschen, egal welche Hautfarbe, Religion, Herkunft, ist mir scheißegal, so weißt du. Und dann in zweiter Linie muss man einfach sich so viele Informationen wie möglich geben und dann gucken, was dein Gefühl sagt und zu welchen Entschlüssen du kommst, so weißt du. Aber, dass das auf jeden Fall irgendwo ein bisschen obios scheint, kann sein. Weißt du, ich bin da noch nicht tief genug drin, aber ich mache das hier mit euch zusammen online, dass wir uns die Dinge reinziehen, damit wir uns selbst eine Meinung bilden können und uns vor allen Dingen nicht von der Propaganda lenken lassen, sondern einfach unseren eigenen Menschenverstand, unser eigenes Herz anschalten und reinfühlen und Informationen einfach aneignen. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Konflikt löst, aber so wie es jetzt geschieht, auf gar keinen Fall. Das Ganze darf eben nicht durch eine komplette Bombardierung von Gaza und dem Aushungern der Zivilbevölkerung passieren. Hier muss ein Weg gefunden werden, der sich mit dem Völkerrecht deckt. Und unsere Bundesregierung muss hier ganz klar Stellung geben. Die Frage ist, ob so ein Weg überhaupt gefunden werden soll. Weißt du, wie ich meine? Wir haben es doch schon gesehen. Vielleicht gibt es irgendwelche Interessen, von denen ich zum Beispiel noch gar keine Ahnung habe, warum die Dinge, die gerade passieren, überhaupt passieren. Aber wir haben es schon in der Vergangenheit gesehen, dass die Politiker und die Mächte der Welt auf jeden Fall dazu bereit sind, Menschen sterben zu lassen für deren Agenda. Und diese Agenda, kann ich dir in dem Fall nicht sagen, was da dahinter stecken könnte. Aber dass die bis zum Äußersten gehen, das wissen wir mittlerweile. ... diese Vernichtung von Gaza beziehen. Falls sie das nicht macht, machen die sich nämlich mitschuldig und gehören sofort alle eingesperrt. Crazy Stuff. Crazy Stuff, meine lieben Freunde. Das ist eine interessante Geschichte. Also das ist echt enttäuschend, wie die deutsche Bundesregierung darauf reagiert hat. Also hier die Pressesprecherin. Auf diesen Völkermord quasi und auf dieses Abschotten der Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen. Das ist heftig. Das ist heftig. Welche Positionen wir da gerade annehmen. Das ist einfach nur traurig. Schreibt mir eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Lasst die Hoffnung zuletzt sterben. Immer schön beten. Immer schön Liebe in das Universum raussenden. Wir brauchen hohe Frequenzen und die bekommen wir durch Liebe. Das ist der einzige Weg. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out.